Wer sind diese Leute? Das ist Decker. Spezialist für Dynamit. Geben Sie ihm ein paar Ladungen Dynamit in die Hand und er macht damit alles. Natürlich nur, wenn es gegen die Gesetze verstößt. Und das ist Bogart. Er kann einen Menschen zerbrechen wie ein Streichholz. Ohne dafür einen Grund zu haben. Das ist Hogi. Ein merkwürdiger Junge. Er hat eine besonders sichere Hand. Und das ist Blade. Er hat sich nie an Feuerwaffen gewöhnen können. Das ist Kidd. Er ist schlau wie ein Fuchs und hat nur eine Leidenschaft. Kaltblütig zu töten. Das, Gentlemen, sind meine Leute. Einverstanden? Mr. McKay, Sie sind also wirklich davon überzeugt, dass wir uns verlassen können auf diese Bande von Verbrechern, Banditen und Mördern? Das sind doch die Männer, die Sie brauchen und vergessen Sie nicht. Ich bin Ihr Captain. Hier. Bezahlen Sie Ihre Männer. Ein Vorschuss für die, die nicht zurückkommen. Und die, die zurückkommen? Es wird keiner zurückkommen. Wieso glauben Sie das? Du wirst sie töten. Töten? Töte alle und kehre allein zurück. Töte alle und kehre allein zurück. Töte alle. Töte alle. Töte alle. Töte alle. Töte alle und kehre allein zurück. Was zählt, ist mir das Gold. Oh ja, wie wahr. Und Sie wissen, wie man rankommt. Ohne Risiko, aber mit Gewinn. Genau, Clyde. Wo ist es? Tut mir sehr leid, Captain. Ich hab's nicht. Das Gold liegt noch im Pulvermagazin. Bitte alle und kehr allein zurück.